Ein junger Mann kauft sich neue Stiefel. Sie gefallen ihm so gut, dass er damit gleich ins Haus seiner Braut geht, um ihr die Stiefel zu zeigen. Beim Eintreten fragt er sie, fällt dir irgendetwas an mir auf? Sie antwortet, nein, du siehst aus wie immer. Er geht ins Zimmer nebenan, zieht sich nackt aus und kehrt zu ihr zurück, nur mit den Stiefeln bekleidet. So, fällt dir jetzt etwas an mir auf? Sie sagt, gar nichts, siehst aus wie immer und der da unten, der hängt auch wie immer. Nein, der hängt nicht, der bewundert meine neuen Stiefel, sagt er. Darauf sie, dann hättest du dir besser einen neuen Hut gekauft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017